da gab es in meinen kommentaren noch den wunsch wie man ein flachdach baut und dann kann ich doch auf diesen projekt basieren gleich weitermachen doppelklick linke maus das ins weiße gründung keller erdgeschoss dann machen wir erstmal eine decke über dem erdgeschoss schließen für die decke über dem erdgeschoss weil ich mit doppel rechtsklick die decke die hier drinnen ist raus und baust du meine decke über dem erdgeschoss ein die höhe im teilbild werde ich noch checken müssen weil momentan habe ich da nichts angepasst über die diagonale einbauen escape und dann brauche ich mir nicht wundern je nachdem was da von der höhe her vielleicht das ganze zu betoniert doppelklick linke maustaste auf diese decke noch mal drauf halt auf die decke im erdgeschoss die betoniert jetzt gerade mein komplettes erdgeschoss zu und doppelklick linke maustaste drauf erste höhenreparatur bzw check oberkante an die obere ebene dran standard ebene dank resetten abstand null und erkannte untere ebene dran standard ebene dank resetten null los die höhen im decken teilbild passen noch nicht ok ok das ändern wir doppelklick linke maustaste ins weiße rechte maustaste hier drauf eben hinzuweisen die höhen die die decke halt eben über dem erdgeschoss braucht die zwei höhen ok hier ok da schließen da so der schnitt reagiert noch nicht drauf weil die teilbilder noch nicht so gewesen sind die beim schnitt wichtig sind deshalb doppelklick linke maustaste hier auf den hellblauen rahmen drauf und dann ein paar teilbilder zu packen die man aus der bauwerkstruktur hier oben brauchen für die decke hier und für das dachgeschoss hier das obergeschoss das wird bei mir für das flachdach genutzt rechte ich weiß das mal zu ok anwenden schließen doppelklick linke maustaste ich mache im obergeschoss das drauf rechte maustaste flachdach nenne ich das jetzt neu mein flachdach haben dann die teilbilder was er sich die nummer 40 dann vielleicht anderen namen nicht mehr grundriss sondern artikel ja artikel für das flachdach weil genau so eine brauchen wir jetzt und die stellen wir mal ein teilbilder so schließen außen assistenten hole ich mir mal passende band raus mit dem easy assistenten wende stützen und da gibt es das ding hier band gerade rechteckig zeichnen einbauen oder einstellen die eigenschaften höhe immer gleich hoch und dann gehen wir mal rein und da kann der an die untere ebene daran abstand null oberkante auch an die untere ebene daran ein meter höhe so oder so ähnlich die höhen einstellen ok hier ok da übers viereck einbauen richtig umgedreht so rum dann haben wir die artikel blech erklärt das erzähle ich jetzt hier nicht mehr aber über das einpacken möchte hat man zwei möglichkeiten das einzupacken mit einer wand oder mit einer dämmung oder einer aufkantung halt erst mal messen strecke wie breit der spaß ist und da noch da gibt 56 zentimeter breite also hole ich meine aufkantung her aufkantung die ich auf der wand die ich jetzt hier anklicke mache reingehen in die eigenschaften eine schicht die man nicht braucht weglöschen und hier der schicht der 56er breite in dem fall geben höhe in den höhen gut genug die höhe hat sich eingestellt dass es auf der artikel wand drauf liegt oberkante an die obere ebene daran 16 cm drüber gibt doch 600 dämmung warum eigentlich nicht ok material und gewerke und so weiter alles angeben material dämmung oder was man da eben zum einpacken von dem ganzen zeit braucht dämmung ok das passt priorität ist auch ok format eigenschaften stift dicke was mal da eben so braucht layer oberfläche mal schauen ich nehme mal das ding was auch die wand hier hat her und dann baue ich das ganze dann ein ok hier und mal kurz nebendran einbauen weil ich habe ein kleines problemchen escape die wände die ich hier drinnen habe die sind von der reihenfolge der dämmung vielleicht ein bisschen ungünstig man kann es auch anders machen je nachdem doppelklick linke maus dass das weiße erste mal ein bisschen was ausschalten die ordner aus häkchen schalte ich mal aus damit man sie mal auf das flachdach zeig konzentrieren können das flachdach schließen so hier sind die drei wände und die könnte ich umdrehen mit architekturbauteileigenschaften übertragen die wand hier auswählen schicht aufbau umdrehen änderungsmodus die wand ausgehend von der achse neu zeichnen ok alle wände anwenden jetzt ist der spaß umgedreht jetzt kann ich die aufkante hier per doppelklick rechte maustaste nehmen die wand anklicken auf der die aufkante erzeugt wird rechteckig eigenschaften weil ich möchte hier so ein muster haben aber nicht im grund ist deshalb hier keine aus ok und dann das ding einbauen so dann haben wir das ganze eingepackt wie gesagt da könnte jetzt noch ein artikel blech für einen entsprechenden maßstab mit der detaillierung muss braucht darauf dazu habe ich einen anderen film mal gemacht jedenfalls das flachdach eingepackt so schließen so hier sind noch die schichtlinien von von der aufkantung woanders habe ich das auch mal erklärt dass man der architekturlinien ausblenden können die dort jeder wie zu viel erwischt noch mal von vorne escape also los geht's die da die da die da die da die verschneidungslinien schichten brauchen wir nicht weg mit dem zeug naja ist halt ein bisschen aufwand je nachdem was man da hat ob man die dinger sehen möchte oder nicht aber ein anderer zuseher wollte die dinge mal nicht sehen also erzähle ich das noch mal hier wie man es ausgeblendet ist okay macht's fertig so hat ich gerade blech drauf fertig so dann brauchen wir hier vielleicht noch ein bisschen dämmung und so weiter und das erkläre ich soweit dass ich mal ne decke nehme was haben wir hier alles streifen fundament boden platten das taugt alles nix entweder den assistenten nachgucken oder halt dann einfach mal eine decke auswählen die decke mache ich hoch genug unterkante an der untere ebene daran null porkante von der unteren ebene weit weg hier das ganze paket mit decken platten dämmung und 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 substrat schüttung oder kies schüttung oder was auch immer wie dick das halt ist da wird es in zukunft aus dem hause alplan noch sicherlich weitere entwicklungen geben die das ganze thema noch interessanter machen mal ganz klein das bisschen in die zukunft zu leuchten aber ich mache das ding jetzt mal 35 zentimeter dick okay dann braucht man natürlich noch gewerkt wie wärmedämmarbeiten oder wärmedämmverbundsysteme wärmedämmarbeiten material dämmung und so weiter bezeichnung weg damit okay dann brauchen wir eine stilfläche dämmstoff oberfläche nämlich wieder das ding hierher von der textur das passt ich baue jetzt mal eine schicht ein das soll es dann sein und das soll ausreichen man kann natürlich mehrere schichten daher nach einbauen es geht auf ok einbauen mit die diagonale fertig jetzt sieht man mal die dämmung eine zweite schicht die für substrat und dachbegrünung steht könnten wir noch machen so weit möchte ich mal gehen weiter möchte ich mal nicht gehen man könnte hier noch mit irgendwelchen dachebenen mit zwei prozent oder was weiß ich arbeiten dass man da irgendwie gefälle mit rein bastelt aber so weit gehe ich jetzt mal nicht dafür nutzt man einfach normale dachebenen wie beim satteldach oder sowas so schauen wir mal die teilbilder an setzen wir als häkchen beim wohnhaus dass ich alle teilbilder da rein ab das sieht man noch mal schön langsam dass ich die wohnhaus teilbilder hier alle ab bis zur artikel ja da hätten noch etwas mit teilbilder auftrennen können aber in dem fall kann man das auch alles in das teilbild reinschmeißen schließen jetzt ist das zeug da inklusive schnittteilbild und je nachdem wie man das könnte dann eingepackt hat so was haben wir hier noch dabei klicken gemacht dass der auf den rahmen hier drauf formate einstellen die linie stört mich fast ein bisschen als ansichtskante das ist bei den konnten hier die durchstoßende linie wie es hier bei der decke ist aus dem haus anwenden ach so jetzt treffen sie sich hier wieder nicht zwischen unterschiedlichen bauteilen darstellen anwenden dann kann man vielleicht mit architektur linien oder sowas ausblenden nachher gehen oder das artikel blech melkt sich ja noch auf die darstellung des schnetters aus oder was man dann an materialien ebenso verwendet ein flachdach flachdach sozusagen im rohbau wie gesagt dachbegrünung als weitere schichten und artikel abdeckung drauf das kann man dann noch alles zusätzlich machen aber soweit halt einmal für das erste damit man sieht wie die technik funktioniert